Ich werde angerufen, Jungs. Bis gleich. Wieder diese Bitch, ey. Mein Gott. Einer kommt Büro rein, diese Südtür auf dem K9, oder wie es heißt. Ah, und einer ist Hauptlobby. Aufpassen, Thatcher. Immer noch vor Büro. Einer ist unten, glaube ich, Haupt, der ist gewesen, Richtung Keller. Kein Safe-Call. Wo war denn der? Ah, der war, glaube ich, direkt nördlich vom Kaminwader. Ich habe die Hauptcam, ich sehe ihn nicht, den Thatcher. Janik, Janik, schieß mal das mittlere K9-Fenster. Das mittlere K9-Fenster. Ich markiere mal nichts. Ja! Nice! Oh mein Gott! Die Bitch-Call, Alter! Ich sehe, ich sehe, der Thatcher sitzt da. Bei den Blumen. Warte, ich muss erst ein Video machen, das wäre scheißegal.